Ah, ne Ahnung, was hier abkommt. Wir sind verloren. Die Statue ist weg. Ach, laber mal nett. Sie wurde uns genommen. Reicht es diesen Barber- Ein neuer Schadenzauber. Für den Weißmann. Ah, wir müssen das Ding hier nur kaputt machen. Dann können wir da rein. Dieser Knoten ist zäher als die anderen. Er muss verstärkt worden sein. Da haben wir das etwas. Die Anwesenheit dieser Trolle muss den Knoten gestärkt haben. Na, super. Jetzt auch noch Trolle. Die sind scheiße, die Trolle. Okay, Fingers. So, ihr Blauen. Ihr bleibt hier. Alles andere. Alles andere ruft da. Die Blauen, Alter. Die können schon wieder kotzen. Oder kotzen. Im Strahl. Wie viele Blaue brauche ich, um mal so ein paar Leute aufzuheben. Also, meine Güte. Ich krieg schon Pusteln. Mal Pusteln. Okay. 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 So, Kinder. Und dann dürfen wir alle auf den Knoten rausgehen. Wie Spaß. Dann können wir nämlich durchgehen. Und dann, das müssen die Zwerge sein, glaube ich. Sehr gut. Wir haben fünf von sechs. Das rockt doch. Gehen wir kurz noch hier hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Turm. Und versuchen, deinen Oberon erstmal Plätze zu machen. Und, ja. Würde ich vorschlagen, dass wir das so machen. Wo sind wir denn hier jetzt eigentlich? Gibt es hier eine Map oder sowas? Na, irgendwie version wie nicht so ganz. Gut. Dann keine Map. Ist in Ordnung. Aber wir sind doch von hier gekommen, oder? Wie bin ich von hier gekommen? Ja. Wisst ihr Bescheid? Ich habe keine Ahnung. Ich würde mich so verarschen. So veräppeln. Genau. Ach, die chemische Fischers. Hier brennt es in der Hölle. Pusteln. Ich darf nicht pusteln. Okay. Wir brauchen nur noch... Die Spuren des Todes sind noch zu spüren. Sie ängstigen uns. Elfen sind so deprimierend. Reiß dich zusammen, Mann. Bin ich dein Mann jetzt, oder was? Das Club geht los. Na, ruf hier. Mach den tot. Mach die tot. Meine, die sind halt irgendwie sehr unlustig, die Leute hier. Die Grünen machen absolut keinen Schaden, ja. Und keine Ahnung. Na, los. Ruf auf den. Mein Gott, ihr seid zu 14. Trotzdem dauert es, als wäre das irgendwie so ein üblicher Endboss. Jetzt sterbe ich schon wieder klein. Ihr beschützt mich nicht, ihr dämlichen Schaden. Mann, Mann, Mann. Bei euch kann man sich nur schämen. Schämen. Okay, Kinnis. Da sind wir jetzt hier schon wieder. Ah, hier sind wir bei Uron an sich selbst. Ja, okay. Okay. So. Reden wir mal nicht über die Blauen, ne? Pusteln. Ja, mal pusteln. Dankeschön. Oh, Tane. Dankeschön. Ach. Schlimm ist das alles. Schlimm. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir langen müssen. Wo wir langen müssen, damit wir hier den letzten Strang platt machen. Gehen wir mal, ruf da, ruf da, los. Okay. Der geht hier lang. Und dann brauche ich... Ich brauche fünf Blaue. Und habe gerade, leider Gottes, nur vier Blaue. Das ist schon scheiße, ne? Pusteln, aber... Pusteln, wie wir sie pusteln. Dann muss ich einen... Einen... Einen braunen weg. Und einen von oben. So. Blaue. Ihr müsst das Ding wegschieben, damit wir unter Rührer kommen. Die Blauen, echt. Die sind so... Die sterben so enorm schnell. Und können einfach sonst auch nicht so viel. Könnt ihr mal, bitte. Ihr müsst ja nicht mal töten. Ihr müsst einfach nur... Das Ding wegschieben. Okay. Kann ich hier zumindest mal lang latschen. Mal gucken, was hier abgeht. Mal gucken, was hier abgeht. Hier bist die Frösche. Wir müssen das Ding wegkriegen. Aber ich komme hier nicht durch. Das wollen ja nicht die Fröschen, die sind von mir. Die gehen mir vom Kee. Komme ich nicht durch. Ich bin nur vorbei, Frosch. Danke. Mal gucken, was hier abgeht. Mal gucken, was hier abgeht. Ich kann das Ding hier auch alleine platten. Das dauert noch ein bisschen. Was sind hier überhaupt was? Ich weiß, dass wenn ich die jetzt alle zu mir hole, die alle skripieren werden. Ja, die haben keinen Lust. Ist auch in Ordnung. Oh, Kinder. Das ist ja nur den Scheiß hier. Mann. Oh. So, Scheiß hier. Oh. So, okay. Wo sind denn meine Schergen hin? Wo sind sie geblieben? Na, immerhin kommen die blauen. Gut. Blau ist im Ordnung. Und dann... Ach, das Ding ist fast kaputt. Sagen wir das doch. Sehr gut. Jetzt wollen wir sehen, ob der Elf seine Augen lange genug für einen Kampf offen halten kann. Das werden wir gleich sehen, ja. Das stimmt. Okay. Hier kommen wir durch. Und die hocken immer noch da drüben, ne? Weiß aber auch. Aufhack, nein, 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 nein. Wir gehen wieder ins Wasser und laufen übers Wasser zurück und... Irgendwie so. Irgendwie so. Das kriegen wir schon hin. Manchmal muss man ein bisschen erfinderisch sein, um irgendwas hinzukriegen, ja. Aber das ist ja immer so langsam der Arschkant. Der hat aber auch keine Sprint-Taste oder sowas, ne? Das ist halt echt Käse hier. Bisschen. Ist ja automatisch gespeitert. Genau. Ihr seid da. Gut. Dann gehen wir jetzt zurück zur Oberon und machen den mal platt. Zumindest versuchen wir es, weil wir wissen ja alle, dass das nicht so einfach sein wird. Bist du wach jetzt, ja? Einmal verließe ich mein Volk und man im Wald und ich wurde dafür bestraft. Ich tue das nicht noch einmal. Okay. Mach sie platt. Wer kommt? Kinders, wer kommt? Die Frösche kommen. Ist in Ordnung, die können nicht so viel. Ruf, 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 die Frösche, meine Freunde. Ruf, ruf, die Frösche. Au. Kinder, sie müssen aufheben. Okay, alle ruf. Kinder, ruf dann. Los, ruf, 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 ruf. Wir müssen halt ein bisschen ausweichen jetzt. Könnt ihr mir das mal holen hier, das Ding? Leute! Leute! Die Schatten. Geld. Geld. Lass mich. Los, Kinders. Hauf auf das Böde, Pony! Okay, das hätten wir. Das andere Pony muss auch noch. Ruf da, Kinders. Macht's platt. Macht's platt, das Pony. Nee. Alle ruf da, alle ruf. Das Kinders, eben nicht immer platt machen hier. Ja. Oh, Kinders. Okay, und die anderen gehen auf ihn. Los, ruf, 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 ruf. Mach den platt. Wir müssen den ja tot machen. Sieht echt gut aus gerade. Also es läuft nicht schlecht, hoffe ich. Zumindest. Das ist gut. Oh, nicht die. Zurück, zurück, Kinders, zurück. Kommt. Zurück, Kinders, zurück. Nein, oh Gott, bitte. Ruf, ruf, ruf. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, fuck. Blaue, ran hier. Blaue, ihr müsst hier Leute holen. Okay, doch. Oh, schon. Ruf, ruf, ruf. Okay, alle, alle jetzt. Alle. Nein, zurück, oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Gib mal den Blauen auf. Du sollst den Blauen aufheben. Nichts anderes. Arsch, dein Arsch, dein Arsch, dein Arsch, dein Arsch, dein Arsch. Alle, ruf, da. Danke schön. Nein, gut, ey. So schwierig, manchmal. Ach. Wie sieht's aus? Sehr gut. Since 1990. Wie16. Wie17. Wie2, obeinatics. Vielen Dank.